halte meine lieben leute und herzlich willkommen zu einer ausgabe von big web tv heute wird gekocht ich habe euch ja gesagt wenn die küche wieder gebrochen heute geht's los ich muss mal schauen ob ich auch mal noch nicht meine kamera stative irgendwo hinstellen dass die kamera so muss hinter euch aber jetzt mehrere dass man ihnen auch irgendwo haben wo sie dann bleiben und das aber alles noch in zukunft das ist eingebaut wird jetzt besetzt lebt man mit der kamera nicht finde ich auch gar nicht so verkehrt was gibt es heute ich habe mich für ein gericht aus diesem buch entschieden und zwar all in one schlank mix mit punkten eben halt weil wir auch wieder abnehmen wollen oder weiter abnehmen wollen das ist immer noch unser ziel das ist auch der grund warum ich diese koch videos beziehungsweise jahre videos auch machen denn das der kanal soll sich dahin bewegen beziehungsweise bewegt sich auch gerade aber es ist ja schon bescheid ich denke mal habt ihr alles schon mitbekommen und das gericht heißt gegarte hähnchen schenkel mit gemüse sitzt gibt gibt kein konto dazu wir müssen uns halt einfach überraschen lassen gekocht wird mit dem thermomix ich denke mal es geht auch ohne aber ist halt ein rezept mit ich mache es einfach mal könnte da auch zu hause bestimmt ohne nach machen also eigentlich sollte das gar kein thema sein bekommen wir zu den zutaten dazu drehe ich euch mal um und zwar benötigen wir eine zwiebel ich habe mich jetzt für eine rote zwiebel entschieden einfach weil ich die aromatischer finde gesünder finde die sind halt nicht so extrem extrem scharf ich finde die leckere und ich kaufe mir auch lieber die roten als die weißen zwiebeln dann brauchen wir eine möhre wir benötigen 700 gramm wasser zwei hähnchen schenkel und dann noch mal 300 gramm wasser eine halbe zorkini ich habe jetzt eine ganze reingemacht weil eine halbe zorkini wegschmeißen finde ich blöd wenn da was überbleibt hat mal ein bisschen gemüse so zum armenbrot oder so dann benötigen wir eine rote paprika in stücken und eine tomate in stücken ich habe mich jetzt normale strauchtomate genommen eine größere ja wir benötigen laut angaben des rezept man ich habe mich jetzt aber für creme fraiche entschieden einfach weil die gar kein schmantar hatten und ich auch denke ich könnte mich verbessern wenn es nicht stimmt dass creme fraiche weniger fett hat aber eben halt vom geschmack her sehr ähnlich sind dann brauchen wir zu guter letztes salz und pfeffer ich habe hier noch in hähnchen gewürzsalz stehen weil ich jetzt nicht weiß ob man die hähnchen da vorher noch ein ja doch weiß ich schon deswegen habe ich stehen also dass die dann noch vorher eingewürzt werden weil ich denke mal das wird besser als mit salz und pfeffer ja mein lieben freunde kommen wir mal zu den ersten schritten und da steht da drauf siebeln und karotte in die mix top geben das machen wir gleich vorher müssen natürlich die siebel noch pellen dann sehen wir uns gleich wieder so mal die leute ich habe jetzt mit drinne ich habe die möhre nicht geschält habe die noch ein bisserl gemacht die zwiebel gepellt und in vier teile geteilt das ganze soll jetzt in die mix top rein wie gesagt deckel drauf und das ganze für fünf sekunden nicht mehr auf stufe 5 zerkleinern so das ganze sieht dann jetzt so aus in fünf sekunden zack bumm ich bin jedes mal begeistert immer noch jetzt brauchen wir natürlich erst mal ein versparte beziehungsweise teigschaber das ganze mal nach unten zu schieben es ist echt wahnsinn was sie in fünf sekunden zack bumm ja so meine freunde danach soll das hähnchen gewürzt werden und in den war roma gelegt werden das machen wir jetzt das werden jetzt mal hier mit ich habe ich werde ich habe mich entschieden dafür dass ich doch das wird salz in er mal einfach weil das schneller geht ja ein bisschen was drauf muss er jetzt nicht extrem viel werden aber auch den geschmack auch kennt so was haben wir jetzt gemacht dann sollte das gute hähnchen in war roma gelegt werden das heißt der war roma kommt jetzt hier drauf wir werden wir schon mal rausholen beiseite ist denn hier noch alles drin ja dann haben wir die guten stücke mal reinlegen hoffentlich passend die ja die passende auch ein wunderbar da sind sie jetzt in war roma drin und wenn das passiert ist sollen schon mal die erste sich jetzt nur wasser nicht vergeben ich gehe mir davon aus das erste wasser was wir hier hatten mit reingeben weil sonst macht alles ganz sinn jetzt gehen wir mal jetzt rein den war roma mit drauf das ist jetzt auch mal nur vorgang liebe freunde das kommt dann noch was muss jetzt mein deckel hier ist der deckel das kann dann auch ab so oder in der war roma mit drauf und jetzt soll das ganze für 25 minuten auf stufe 1 gegabt werden aber ich warum denn da jetzt kein linkslauf das verstehe ich gerade nicht weil wenn ich jetzt dass ich bin gleich wieder da liebe leute ich bin wieder da ich klingt ein bisschen komisch was man genau so wissen selbstständig würde das jetzt zum beispiel auf linkslauf machen weil es würde jetzt einfach noch weiter verkleinert die pampel ja drin ist aber es steht halt so ich zählen haben wir gemacht zwei kleine hähnchen warum erlegen wasser mix top geben und 25 städigste band drei dabei dass es rauslegen soll also bleibt drin 25 minuten aroma stufe 1 so müssen wir jetzt auf und das jetzt war roma stufe also hier warum er seht ist stufe 1 macht jetzt gar nichts da steht und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich so die 25 minuten sind rum irgendwie habe ich über das gefühl in diesem rezept stimmt auch was nicht weil wir haben die sieben 300 gramm wasser und wir sollen das wasser mix top geben dann taucht nie wieder wasser auf nur mit der restlichen glaube aber mal gucken irgendwie ist das rezept nicht gut geschrieben naja sowie geht es jetzt weiter wir haben jetzt das reingeben vorgegart jetzt kommt zur kinipaprika und tomate warum er ein legeboden geben und zusammen mit den hähnchenschenkel im warum er wieder aufsetzen 20 stunden auf stufe 1 fertig kann also soll das jetzt hier mit rein ja 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 ist das heißt ich will das erstmal aus oder soll das sind hier oben mit drei warum einlegen das ist ja das hier das heißt hier geben das jetzt einfach hier alles rein bis gleich so man die neue ich habe ein bisschen dran wie lieber wasser mit reingegeben einfach weil sie sind da und ja wenn ich das wollten kann man wird ja noch mal reduziert so ich habe es jetzt hier oben drauf gelegt wie ihr seht hier ein kleines loch gelassen ist wichtig dann kommt der deckel wieder drauf und jetzt wird das ganze noch mal für 20 minuten warum mal stufe also genau dasselbe noch mal warum mal stufe 1 und dann sind wir uns gleich wieder liebe leute so meine lieben leute die zeit ist vollbracht jetzt soll gemüse und hähnchen rausnehmen war mal brauchen wir nicht gleich gegessen dann den schmand dazu geben zehn sekunden das war mal was man wollen das mal alles raus und dann sehen wir uns gleich wieder so meine lieben leute wir machen jetzt mal steht drin derzeit 70 kann man ich habe ein bisschen mehr als 70 kann man das auch nicht so schön und dann noch ein bisschen salz pfeffer dann machen wir jetzt auch rein salz pfeffer ich hoffe dass es reicht ich weiß es nicht und dann soll das ganze was wird nämlich die so so gleich nochmal komplett für 10 sekunden auf stufe 5 vermengt werden das ganze dann aus ans fährt das finde ich so sieht ziemlich ziemlich flüssig naja ich werde das mal einrichten sehen wir uns gleich wieder so meine leute ich habe jetzt angerichtet die soße ist drauf ich habe so schon mal probiert geschmacklich ist nichts muss ich ganz ehrlich sagen da liegt wahrscheinlich ein fehler mit in der rezept war hier einmal 700 gramm wasser steht einmal 300 gramm wasser steht und dann nur einmal wasser auftaucht welches wasser weiß ich nicht ich werde beim nächsten mal vielleicht nur 300 gramm wasser nehmen mit 100 gramm wasser im bett weglassen dass das ein bisschen eindicken können weil das ist mehr wasser als alles andere und dann haben wir uns auch ein liter wasser angemacht vielleicht liegt daran ich weiß es nicht irgendwie ist das rezept nicht gut beschrieben ist aber schon in diesen heften mehrmals aufgefallen dass rezepte gibt die nicht gut beschrieben sind das heißt wir werden es umwandeln ich werde auch mal so kochen wie sie sind aber erfahrungswerte schreibt euch alles unten mit rein ich werde euch also mit reinschreiben die ganzen die das ganze sind das ganze rezept oder die zutaten und ihr habt gerade alles selber gesehen wie es ist und damit dürfte selber entscheiden wie das macht also ich würde 300 gramm wasser nehmen und vielleicht näht man noch ein bisschen tomaten markt mit in die soße ran und 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 das ist alles so kleinigkeiten die da komplett fielen ich wollte das mal so kochen wie es im heft steht das werden wir auch machen dann wandeln wir irgendwann mal ab dass es dann wirklich geschmacklich eine 1 wird also ich finde die so sehr komplett bescheiden naja egal beilagen gibt sich außer das gemüse ist es ja auch zum abnehmen das heißt kalorienarm beziehungsweise ihr wisst schon jetzt komme ich drauf ja ihr wisst was ich meine jedenfalls das ist genau so ist es ja dann bis so mein lieben leute das essen haben wir gegessen noch mal kochen wird es nicht es war ein naja wie es eigentlich gedacht habe die soße war nicht gut könnte man vielleicht einkochen nächstes mal also wie gesagt weniger wasser ran dann wird es vielleicht funktionieren hinschenschenkel dadurch dass er natürlich gedampft wurde ist auch nicht lecker nächstes mal wird es in die heißhupfritöse hauen und eigentlich brauchen wir dafür auch gar keinen thermomix man könnte auch alles sofort nicht schön in die Pfanne mit ein bisschen olivenöl anbraten dann die hinschenschenkel durch heißhupfritöse und dann hätten wir auch leckere süße und würde besser schmecken als das noch mal machen würde es nicht aber wir probieren ja auch rezepte aus einfach um zu wissen ob sie gut sind oder nicht gut sind ja dann würde ich sagen war es das für heute sagt vielen vielen dank fürs reinschauen immer gilt daumen spreche sich vielleicht reizen lassen abo da für die glocke teilt es wieder mit euren freunden dann sage ich halten bis dann alle die ohren steif auf wiedersehen